Jo Leute, es ist Tobi. Jo, was geht ab, Digga? Erschwein normal. Niko. Servus. Jo, man. Komm her. Mein Vlog. Erschwein. So, hallo. Hallo? 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 Ich bin ein Kass. Da bin ich. Man ist hin. Ja. Ich hab ein Tablett hier oben. Wer war Name? Miner. Ja. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. To einem neuen Video. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von Kanal. Jo. Radio. Jo. Red Hat schon mal. Ja. Mani Ah! Ja! 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 Das war's, Mann. Das war's für heute. Ja! jo leute 2021 war ein ziemlich wildes jahr ist ziemlich viel passiert und dieses jahr wird noch mehr passieren wir haben ziemlich großes projekt gestartet wie ich im letzten video schon gesagt habt wir gründen der park da werden viele videos dazu kommen wir werden in verschiedene bike parks gehen wir werden es wird viel passieren also lasst dem kanal gerne ein abo da aktiviert die loge um keine videos mehr zu verpassen und gebt dem video ein like wenn ihr es nicht schon gemacht und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video ein